Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Auch hier ein abschließendes vielen Dank an euer Feedback. Ich habe alle Kommentare vom Video durchgelesen. Was wollt ihr? Gab es sehr, sehr viele interessante Wünsche, Vorschläge, Lob, Kritik, Tadel. Alles dabei. Ich habe alles gelesen und werde so gut es geht vieles umsetzen. In der heutigen Folge wollen wir uns um Three Stars im Clan War kümmern. Ihr wisst das, wir werden dahingehend immer besser. Auch im aktuellen Clan War sehen wir das 25 zu 17 bei 19 von 20 gewonnenen Angriffen. Und wenn wir mal durchscrollen, die 1 und die 2 ist Rathaus 10, ist jeweils getustert worden. Die 1 auf die 1 hat den 2 Star geholt und der Gunther hat dann auch auf die 2 nochmal einen 2 Star geholt. Und ansonsten haben wir bei 3 noch einen 2 Star. 4 und 5 ist getustert. Einmal von Mati und einmal von Skull. Auf 6 nochmal einen 2 Star und auf 8 einen 2 Star. Aber 7, 9 und 10 sind getustert. Wir haben in diesem Fall sowohl die maxed Town Hall 9 Bases aus dem oberen Bereich, als auch die loweren im niedrigen Bereich. Und ich dachte mir, wir packen heute wirklich richtig schön viele Angriffe in die Folge rein. Insgesamt sind es 5 Three Stars und ich möchte euch alle 5 zeigen. Wir werden es jetzt zusammen analysieren. Ich habe mir extra noch keinen dieser Angriffe vorher angeschaut. War in dem Clan war noch nicht dabei. Bin ab dem nächsten wieder mit dabei. Hab also auch mit keinem von den Jungs, die angegriffen haben, im Chat geschrieben. Ich denke, wir arbeiten uns von unten nach oben. Tommy, die 10 auf die 10 mit einem 3 Star. Wir schauen mal, wie er sich geschlagen hat, mit was er angegriffen hat und wie die Base ausschaut. Wir haben hier, wie soll es nicht anders sein, eine Hybrid-Taktik. Wir haben einen Hound dabei, haben 2 Golems dabei. 6 Magier, 20 Loons, 3 Minions, 3 Bogen, 3 Wutzauber, ein Jump und einen Gift. Helden sind bei mir auf 15 und 16 und in der Gladenburg tippe ich einfach mal, dass noch ein Hound rauskommt. Von der Base, eine Town Hall 9 Base, die, ja, jetzt noch nicht gemaxt ist, aber doch einige Einheiten, also zumindest Verteidigseinheiten sind gemaxt. Helden in der Mitte, 10, 8. Also eigentlich eine Anti-3 Star Base. Zumindest macht es Luftangriffe schwer, wenn die Queen in der Mitte ist. Aber er hat ja hier wirklich auch eine schöne Hybrid-Taktik gewählt. Luftabwehr ist gemaxt. Einzige, was jetzt noch nicht gemaxt ist, wenn ich das richtig sehe, an Dev-Einheiten sind 2 Magier-Türme, hier rechts und links, und sind die X-Bows und die Luftfeger. Klar, dann schauen wir doch mal, wo Tommy durchgestartet ist. Kam hier mit 2 Golems und hat dahinter erstmal die Magier gemacht, um so die ersten Gebäude auszuschalten. Sowohl, ja, tote Gebäude, als auch eben Verteidigungsgebäude. Und die Golems ganz klar dienen hier erstmal zum Tanken. Jetzt ist er mit seinen Helden hinterhergekommen, erst der King, dann die Queen. Und er hat den Jumpsberg gedroppt. Sowohl die Golems nutzen den jetzt, als auch der Barbarenkönig, soll gleich kommen. Glambo kommt raus mit Drachen und Luns. Er hat den ersten Wutzauber drüber gehauen und jetzt, denke ich, kommt dann auch gleich sein Giftspell. Oder zumindest vermute ich es. Nein, er wartet um Giftspell, vielleicht hier drehen sich das auch fürs Glätte auf später. Auch dafür ja ganz nice, weil beim Drachen bringt es nicht so viel. Die Queen kümmert sich um die Glambo, dass er gut funktioniert. Barbarenkönig hat er gezündet, Queen hat er gezündet. Und die toben sich hier auch gut aus. Luftabwehr hat er zwei da bekommen und dementsprechend kommt er dann auch jetzt von der anderen Seite zu den zwei verbleibenden Luftabwehreinheiten mit den zwei Wutzpells, mit den zwei Hounds vorne ran und dahinter mit den Luns. Zwei Stück hat er sich noch aufgehoben. Der Giftspell ist auch noch am Start. Hier unten ist er jetzt mit den letzten Luns gekommen. Und obwohl die X-Bows in der Mitte noch aktiv waren und auch noch die zwei Luftabwehreinheiten und die Luftfeger, ist das Ganze recht schnell da umgegangen. Die Luns wirklich schön in die Mitte gezogen und ja, den Bogen und die zwei Goblins wird er dann jetzt gleich benutzen, um Außengebäude zu killen. Hier die restlichen Verteidigungseinheiten. Der Bogenturm teilt noch ein bisschen aus. Ebenso der Mageturm. Ich bin gespannt, ob es diese Welle an Luns schon schafft oder ob da die anderen noch nachhelfen muss. Aber ihr seht, hier kommt ein Giftspell Richtung Rathaus. Auch in der Mitte, die Luns halten schon ein bisschen was aus gegen den Mageturm. Jetzt waren zu diesem Zeitpunkt alles ausgeschaltet, was Dev-Einheiten angeht. Das heißt, wir können es auch vorspulen. Zeittechnisch hat es für ihn am Ende Gott sei Dank noch gereicht. War sicher eine ganz knappe Kiste. Ich glaube, 2.34 hat es gedauert, also war sogar noch ein bisschen Zeit übrig. Macht Sinn, das nächste Mal da auf die Anfangszeit zu achten, wie lange der Angriff geklappt hat. Und ein schöner, ja, Golaba-Loon-Angriff von ihm. Trotz Queen in der Mitte. Town Hall 9 gegen Town Hall 9. Das Ganze natürlich dann noch ein bisschen respektabler. Also sehr, sehr schöner Freestyle von Tommy. Der nächste ist von Constanze. Die 8 auf die 9. Also eine Nummer drunter. Und auch hier pausieren wir erstmal. Angriff dauert 2 Minuten. 10. Also hat auch noch ein bisschen Zeit am Ende gehabt. Er hat hier auch, wie soll es nicht anders sein, Hybrid. Helden sind auf 16 und 15. Hat den Eizauber dabei, einen Jump, einen Wut und 2 Heal. 2 Golems sind dabei. 15 Magier, 6 Mauerbrecher, 4 Hexen und 8 Schweine. Also erstmal einen Go-Wi-Wi-Angriff und dann, ja, ich nenne es mal Aufräumtruppen. Die Schweine kombiniert mit Healzauber und so vermute ich es. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, was aus der Glamburg rauskommen wird. Wie ist denn die Base aufgebaut? Auch hier die Queen in der Mitte, Luftfeger in der Mitte. Base technisch auch hier bis auf den Magierturm, glaube ich, von den Verteidigungseinheiten. Alles gemaxst. Ein Magierturm und ein Luftabwehr. Das sollte, und hier oben noch ein Bogenturm. Also großteils auch alles gemaxst. Boden dafür etwas schwächer. Also ihr seht, die Mauern sind hier noch auf Stufe 6 und 7. Und wir schauen mal, von wo er kommt und wie er sich schlägt. Weitflächige Base, also viele Gebäude nach außen, was gerade auch den Luftangriff erschwert. Deswegen hat sich hier in dem Fall Konstanze auch für den Boden entschieden. Und er fängt hier mit dem ersten Goleman, der Glamburg, ein gemaxster Golem. Insgesamt also 3 Golems. Dahinter kommen dann direkt die Magier. Dann denke ich, wird er verhältnismäßig bald die Hexen und auch die Helden setzen. Glamburg kommt raus. Jump in die Mitte, Mauerbrecher haben den ersten Bereich freigebrochen. Golems sind schön durchmarschiert. Jetzt kommt er mit dem Barbarenkönig und der Queen. Und jetzt die Hexen auf zwei Bereiche aufgeteilt. Ein Wut wurde auch schon in die Mitte gedroppt, beziehungsweise ein Eilzauber. Heißt, er hat jetzt noch Eilzauber, kann man ja kurz pausieren, dient einfach dazu, um diese Fläche hier, diesen Bereich recht schnell zu überwinden, dass die Einheiten dann schnell Richtung Rathaus ziehen. Hat jetzt noch acht Schweine übrig. Ein Wut und zwei Heel. Die Heel werden für die Schweine sein. Da wird er wohl später von hier drüben kommen. Und den Wut, denke ich, wird er nachher in die Mitte hauen. Und er kann auch noch beide Helden zünden. Jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also in der Mitte gekämpft. Er hat einen Heel und den Wut für die Mitte benutzt. Hat sich also nur noch einen Heel für die Schweine aufgehoben. Barbarenkönig hat er jetzt gezündet, der hier schön mit in die Mitte reingezogen ist. Die Hexen räumen in der Mitte, beziehungsweise im hinteren Bereich noch auf. Queen räumt auch von hinten auf. Und Barbarenkönig inklusive Golem und Magier hat sich in der Mitte ausgetobt. Jetzt kommt er mit den Schweinen von unten. Und was er jetzt noch machen kann, ist die Queen zünden, die wir hier in der Mitte im Auge behalten. Und eben den Schweinen hier geben. Magierturm teilt aus. Jetzt kommt dann der Heel. Und das war mega close. Das war mega close. Zwei Schweine sind, glaube ich, draufgegangen. Aber es hat geradezu noch gereicht. Also nochmal alles richtig gemacht. Hier sehen wir noch wunderschön. Gemaxte Golem ist am tanken. Schützt damit die Queen und die verbleibenden Magier. Hier unten haben wir noch Hexen, die dann auch dafür sorgen, dass es am Ende kein Zeitproblem gibt. Die anderen zwei Hexen, wenn ich das richtig sehe, die wurden in diesem Fall ausgeschaltet. Also im Normalfall ist ja immer das Hauptziel, dass die Hexen bei solchen Angriffen recht lange überleben. Aber auch jetzt, alle DEF-Einheiten wurden ausgeschaltet. Das heißt, wir können vorspulen und uns die letzten Sekunden im Schnelldurchlauf anschauen. Und hier ein Golem-Wizard-Witches-Hodge-Angriff. Ebenfalls ein sehr, sehr schöner Three-Star von Constanze mit einem ganz gewagten Heil-Zauber, den er gesetzt hat. So, dann überspringen wir die Acht. Da haben wir in Anführungszeichen nur einen Two-Star. Constanze auch mit 91%, was sich auch auf Three-Star ausgelegt. Aber wenn wir den auch noch mitnehmen, wird es zu lange. Wir wollten uns in der Folge wirklich erstmal, oder was heißt erstmal, völlig auf Three-Stars konzentrieren. Sodass wir bei der Sieben weitermachen. Die Sechs greift die Sieben an Nils auf die Andrea. Und hat hier auch einen Three-Star geholt. Dann starten wir, pausieren. 2,58. Zeitlich schon bei ganz knapp zwei Sekunden sind noch übrig geblieben. Und wir schauen auch mal, was er angreift. Man sieht unten eine breite Leiste, also wirklich sehr, sehr viel am Start. Wir haben die Helden auf 19 und 18. Wir haben zwei Heal, wir haben einen Wut, wir haben einen Jump und wir haben einen Eil. Wir haben einen Golem. Ich vermute, in der Clanburg ist noch ein zweiter. 17 Schweine, zwei Minions, drei Heiler, sieben Magier, zwei Loons, vier Mauerbrecher, zwei Riesen, drei Goblins. Also hier wahrscheinlich ein perfekt durchgeplanter Angriff. Und ich denke auch, was mir ja vor mehreren Videos groß gesagt wurde, das ist auch dieser Queen-Angriff, wo die Queen am Anfang mit Heilern dafür sorgen soll, möglichst viel schon mal aufzuräumen. Kurz noch ein Blick auf die Base. 11 und 14 Erhelden in der Mitte. Wir haben auch Turnhole 9 natürlich. Und das geht von den Death-Einheiten in diesem Fall in Maxed Out. Weiß jetzt natürlich nicht, wie die Fallen sind. Einzige, was hier nicht gemaxed ist, sind die Luftfeger. Und wir schauen mal, von wo jetzt Nils kommt und wie er sich schlagen wird. Hier oben mit dem Minion kümmert er sich um die toten Bauhütten. Und ich vermute, dass er von hier dann auch mit der Queen kommen wird, die dann hier mit drei Healern gleich gepusht wird. Also das wurde mir gesagt, ich habe mich da mit meinen Leuten im Klang kurz geschlossen. Das ist an mir ein bisschen vorbeigegangen. Eine berüchtigte oder neue Angriffstaktik, die nach dem Update eingeführt wurde, da ja der IQ, also der Schlauheitsgrad der Queen, ein bisschen verbessert wurde. Und ihr seht hier, mit der Queen schaltet er erst die ersten Gebäude aus. Die Healer heilen recht gut dagegen. Ich denke aber, früher oder später muss sie dann auch gezündet werden. Kommt natürlich auch immer darauf an, von was sie gerade angegriffen wird. So, jetzt schauen wir mal weiter, wie lange er mit der Queen aufräumt, bevor dann die weiteren Einheiten kommen. Also Healer machen hier noch einen guten Job. Jetzt werden sie aber dann gleich in Range der Luftabwehr sein, sodass das tragisch werden könnte. Außer die Queen schaltet sie aus. Jetzt kommt ein Hound aus der Klamo. Gut, also das klappt zu Beginn hier sehr gut für ihn. Die Queen wird wirklich richtig schön hochgeheilt. Die Healer sind immer noch außerhalb der Range. Jetzt kommt er hier links mit dem ersten Golem und hier unten mit dem zweiten. Jetzt müssen wir so rüber, dass wir auch alles noch im Blickfeld haben. Mit den Magiern hinterher. Die Queen bekämpft den Lava Hound, hat mit ihm auch einiges zu tun. Wird aber nur vom Magierturm angegriffen. Daher haben die Heiler da ein leichtes Spiel, die oben zu halten. Mit den Mauerbrechern hat er beiden Golems wunderbar den Weg freigemacht. Kommt hier mit dem King rein auf Level 19 und der Hound sollte jetzt jeden Moment down gehen. Jetzt ist der erste Wutzauber down gegangen oder hat er gesetzt. Ebenso der Jump Spell in die Mitte rein. Golem nutzt den gleich Barbarenkönig. Kämpft gegen Barbarenkönig. Und hier oben kümmern sich die Queen jetzt um die Lava Welpen. Die sich auch ein bisschen um die Heiler kümmern. Ist aber nichts passiert. Und jetzt wird es dann gleich spannend. Hier rechts oben die Luftabwehr. Außerhalb der Range der Heiler. Das heißt, die Queen kann sie wunderbar ausschalten. Barbarenkönig in der Mitte. Jetzt kommen von unten die Schweine. Zwei Heel und ein Eilzauber sind noch am Start. Ihr seht, das ist hier wirklich Schlag auf Schlag. Wir müssen überall schauen. Oben räumt die Queen weiter auf. Schweine mit dem ersten Heel. Barbarenkönig in der Mitte gezündet. Jetzt ist noch ein Eilzauber übrig. Zweite Heel auf die Schweine, die in die Mitte sind. Und hier hat er dann auch den Eilzauber gesetzt, um die Schweine und den Barbarenkönig nochmal etwas zu pushen. Schweine sind ja eh schon an und für sich recht schnell. Die Queen hier oben immer noch wunderbar dabei. Jetzt kommen die Riesen, die er nochmal zum Tank benutzt. Dahinter zwei Loons und ich denke, den Magier wird er wahrscheinlich vielleicht auch gleich noch irgendwo da unten setzen. Einen hat er jetzt hier noch zum Ausschalten. Die Schweine sind dabei. Bogenturm wird gefährlich. Queen war nicht mal ansatzweise in Gefahr bisher. Am Anfang war es ein bisschen knapp, als wirklich alles auf sie geballert hat. Aber mittlerweile, ihr seht das, er kann sie ja sogar noch zünden. Jetzt kümmern sich die Schweine um den Magierturm, der auch noch down ging. Und wir haben keine Verteidigungseinheit mehr. Die Queen hat das gerade zum Spaß gechündet. Und ja, von Nils. Wunderschöner Angriff. Perfekt durchgeplant. Hat wirklich alles so funktioniert, wie es sollte. Natürlich sehr, sehr knapp. Zwei Sekunden waren es am Ende noch. Aber ein wunderbarer Freestyle. Dann haben wir noch zwei verbleibende. Die fünf von Skull Eye. Die vier greift die fünf an. Auch hier sind es drei Sterne geworden. Und auch hier, pausieren wir erstmal hier, werden meine Augen geschont. Das Ganze etwas größer. Er hat nicht ganz so viel an Truppen dabei. 25er und 30er Helden. Er hat drei Giftsauber dabei. Er hat einen Jump und drei Heel. In der Clanbook, ich tippe einen Golem. Einen Golem hat er selber dabei. 27 Schweine. Acht Magier. Sechs Mauerbrecher. Zwei Riesen. Und einen Goblin. Und die Base hier. Die Helden. Wieder in der Mitte. 15 und 12. Und Verteidigungseinheiten sind alle gemaxed. Hier auch sogar die Luftfeger. Dann schauen wir doch mal. Von wo er gleich kommt. Das ist unser guter Skull. Und wie er loslegt. Nimmt hier die Riesen zum Tanken. Und macht dahinter die ersten Schweine. Also so ein bisschen Surgical Hawk. Und schaltet damit schon mal die ersten Verteilungsgebäude aus. Hat eine Riesenbombe ausgelöst. Und hat auch die Glamburg glockt. Ich glaube, ich sehe es nicht, was da fliegt. Doch Drache. Er hat sie komplett glockt bekommen. Dann kommt hier unten mit den Golems. Die Queen dahinter. Die Magier hinter. Und mit den Mauerbrechern macht er die ersten Bereiche frei. Und jetzt kommen hier die Giftsbells. Ich sehe sie noch nicht. Beziehungsweise er hat zwei schon gedroppt. Das habe ich dann irgendwie verschwitzt. Die hat er vielleicht dann im oberen Bereich oder vorher schon unten benutzt. Jumpsbell geht hier in die Mitte rein. Sollte auch ausreichen. Queen räumt von hinten aus. Bahnkönig räumt ebenfalls auf. Jetzt haut er hier den Wutzauber drüber. Drei Heels hat er dann noch für die verbleibenden 21 Schweine. Ebenso mit einem Giftsbell. Und jetzt kommt er hier von links mit allen Schweinen in einer kleinen Welle. Macht dahinter die letzten Magier und sein Goblin. Der dann gegen Zeitprobleme helfen soll. Und jetzt kommt der erste Heel in die Mitte gedroppt. Zu diesem Zeitpunkt konnte man schon wissen. Okay, zwei Magetürme, zwei Heels. Das könnte gut gehen. Das könnte klappen. Queen über Bahnkönig hat aber alles schon zünden müssen. Die Queen räumt noch von hinten auf. Wird aber vom Bogenturm fokussiert. Jetzt ein Giftsbell, der sich um die Skelette kümmert. Auch ganz praktisch. Weil die verfolgen die Schweine sonst so lange, bis sie alle Dev-Einheiten ausgeschaltet haben. Und erst dann kümmern sie sich um die Skelette. Also das ist vielleicht wirklich auch eine Option, wie man den Giftsbell schön benutzen kann. Um einfach, ja, die Schweine von den Skeletten zu retten. Weil hier haben wir es jetzt nochmal. Hier greifen sie sich die Schweine die ganze Zeit an. Und ebenso auch der Barbarenkönig. Und jetzt kommt der letzte Heel. Der war auch nochmal wichtig, weil die Schweine eben die ganze Zeit Schaden einstecken müssen. Queen ist auch down gegangen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen fleißigen Goblin, der auf das Mauerstück eintrischt. Und die verbleibenden Schweine hier unten, die erst mal ganz nach oben gehen. Zum Bogenturm und sich um den kümmern. Und danach, wir werden es gleich sehen, kümmern sie sich dann erst um die Skelette. Also das ist immer, vielleicht wirklich der Giftsbell hier eine schöne Variante. Und jetzt ist nur noch der King da. Das heißt, wir können vorspulen. Zeitlich war es eine enge Kiste. Ging ziemlich rund. Und also ihr seht, dass auch für mich ist das recht anspruchsvoll, diese Angriffe, ich nenne es mal, zu kommentieren. Dass eben auf vielen Bereichen abgeht und auch relativ schnell. Ich denke und hoffe aber, dass wir da doch ganz gut mitkommen. Und auch hier von Sky ein wunderbarer Three-Star. Von 9 gegen 9 gegen eine gemaxte Base. Und der stärkste, wenn man es so nennen will, von Mathe. Hier muss man aber ganz klar sagen, Mathe ist mittlerweile, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Townhall 10. Oder täusche ich mich hier? Nein, hier täusche ich mich. 2, 3, 4. Nein, ich nehme alles zurück. Er ist Townhall 9. Aber hat gemaxte Helden. Und wir haben hier eine, wieder eine Queen Walk Taktik. Also er hat 4 Heiler für die Queen dabei. 2 Heal. Einen Wut. Einen Jump. Und einen Gift. Einen Golem. Ich glaube in der Glamour ein zweiter. 6 Magier. Ein Riese. Ein Goblin. Einen Minion. Und 18 Schweine. Gegen eine Base mit 15er Helden. Schon recht stark mauen. Fast alle auf Stufe 9. Und ganz klar, Verteilungseinheiten natürlich alle gemaxt. Schauen wir mal, von wo er hier rein marschiert. Ich vermute mal, er benutzt vielleicht auch den Minion am Anfang, um irgendwas auszuschalten. Noch ist gar nichts passiert. Jetzt muss ich hier achtsam sein, dass wir nicht den Anfang verpassen. Hier unten fängt er an. Gut. Macht recht die Queen. Zusammen mit den Heilern. Und kommt hier oben mit einem Magier. Der erste wurde aber ausgeschaltet. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also hier auch ganz klar eine Anti-3-Star-Base. Rathaus recht weit außen. Und die Helden in der Mitte. Ebenso die Klamourg. So, die Magier hat er benutzt, um da rechts ein paar Gebäude auszuschalten. Die Queen wurde jetzt eben schön weiter hochgeheilt. Hier eben ein Heiler mehr als vorher. Aber wir sehen, er hat auch nur anfangs drei gesetzt. Das heißt, ein vierter wurde so gesehen noch als Puffer aufgehoben. Jetzt muss ich hier mal rauszoomen. Nicht, dass er dann gleich mit seinen Golems von woanders kommt. Und wir das nicht mitbekommen. Also erst auch mal hier geht es wirklich darum, dass die Queen viel aufräumt. Und hier unten kommt er jetzt. Mit dem ersten Golem aus der Klamourg macht hier die Magier hinterher. Und macht mit den Mauerbrechern Platz. Jetzt kam der zweite Golem und die Maschinen rein. Die Queen ums Rathaus rum schon mal alles schön aufgeräumt. Bei Barenkönig hat er es noch nicht gesetzt. Der wird aber, denke ich, hier unten jetzt gleich reinmarschieren. In Kombination mit einem Jump-Spell. Bisher auch von den Spells noch überhaupt nichts benutzt. Nochmal mit Mauerbrechern gearbeitet, die hier auch dieses Mauerstück nochmal freibrechen. Jetzt ein Hound in der Klamourg. Wirklich unangenehm. Wir haben ihn im vorigen Angriff gesehen. Oder in zwei davor, wie lange gekämpft werden musste von der Queen, bis er ausgeschaltet wurde. Jetzt ein Wutspell in die Mitte. Und die Luftabwehr kümmert sich um die Heiler. Heißt, jetzt waren alle down. Einen hat er sich als Puffer noch ausgehoben. Ich bin gespannt, wann er ihn setzt. Und bin auch gespannt, von wo und wann er mit den Schweinen kommt. Innern mit dem Gift-Spell. Jetzt ein Jump, der hier über das Zentrum dient. Für den King und die Golems. X-Bow ist da gegangen. Ein Gift-Spell hat auch langsam ausgegiftet. Und links kommen jetzt die Schweine. Zwei Heals hat er noch, ohne kann die Queen noch zünden. Letzter Heiler wurde mittlerweile auch gesetzt. Und der kümmert sich nochmal um die Queen. Links kam jetzt der erste Healspell. Schweine hüpfen direkt rein. Ich, ähm, ja, Kritik eigentlich kann man hier nicht anbringen. Aber ich hätte ihn vielleicht ein bisschen näher noch an den Magierturm gemacht. Hätte vielleicht noch ein bisschen gewartet. Aber am Ende, es waren drei Sterne. Also hat er alles richtig gemacht. Heiler wird jetzt von der letzten Verbleibung Luftabwehr ausgeschaltet. Die Queen hat er gezündet. Vielleicht auch eine Nuance zu früh. Aber auch hier, wie gesagt, eigentlich darf man. Oder hier Doppelriesenbombe. Hat er Glück gehabt, dass nicht alle Schweine in den Daumen gegangen sind. Muss man eigentlich keine Kritik üben, da drei Sterne drei Sterne sind. Jetzt hat er auch alle Einheiten gesetzt. Hier hinten Magier, Minion und Goblin. Damit es am Ende keine Zeitprobleme gibt. Und hier kümmert sich jetzt die Queen zusammen mit den Schweinen um die letzten Verteidigungseinheiten. Wenn ich das richtig sehe, nur noch der Magier-Bogenturm, Entschuldigung, am Start. Und damit alles ausgeschaltet. Und jetzt können wir auch vorspulen. Ganz klar, man muss Mathe natürlich hoch anrechnen. Er hat die Helden gemaxt. Das ist also wirklich sicher ein Schlüsselpunkt, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Und ich denke, wir hatten in der heutigen Folge wirklich fünf teilweise doch sehr unterschiedliche Angriffe. Alle haben zum Erfolg geführt. Alles waren Town Hall 9 gegen Town Hall 9. Alles waren Three Stars. Und es waren auch zumindest im Oberbereich gemaxste Town Hall 9 Basis. Also ich denke, dass für den einen oder anderen, für euch, für den Clan Hall, wenn ihr vielleicht auch Town Hall 9 seid. Man kann es natürlich auch als Rathaus 10er machen. Da ist es dann noch leichter, weil man ein bisschen mehr Platz hat. Einen Spell mehr. Ein paar Truppen mehr. Sich, ja, was auszuholen. Ich denke gerade Queen Walk auch was, was ich mich, wo ich mich drin versuchen werde. Also ist, wie gesagt, an mir ein bisschen vorbeigegangen. War so hauptsächlich auch schon, ja, ich war ja im Urlaub. Zum Update hin in der Türkei. Dann wieder im Urlaub. Und da war einfach die Zeit nicht so, dass ich mich mit Clash of Lens zu beschäftigen. Jetzt bin ich aber wieder voll im Saft. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Mit richtig schönen Angriffen, die meine Jungs da abgeliefert haben. Tipps waren für euch hoffentlich auch ein paar dabei. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ihr kennt YouTube. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Unten könnt ihr ein Abo da lassen. Und ja, ich probiere mein Bestes, um eben neuen Schwung in den Kanal zu bringen. Hoffe, dass es mir mit der heutigen Folge gelungen. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.